Alter, mehr als meine Mama an! Put your hands up in the air, I can see your Excel hair. Du schreit. Alter, der ist so geil. Ich würde sagen, wir gewinnen mit dieser Attitude. Wenn du auf Toilette gehst, nicht mehr als zweimal schütteln, sonst spielst du mit ihm. Alter. Ich habe nur das Problem beim Lenkrad, dass ich wollte mit der Hupe feiern. Oh mein Gott. Ich würde es mit den Schaltpaddles machen. Ist aber auch kompliziert, wie du es eingestellt hast, das kann man so nicht lassen. Kannst du sneaken? Sneaken brauchst du nicht, da hast du auch ein Lenkrad. Immer Vollgas. Drop der Gas. Und dann wird die Welt um einiges schöner. Ihr seid verdammte Judenpenge. Cartman, was ist das? Ey, Mann, diese verdammte Matchmaking-Scheiße. So, mach mal Weizen. Mein Gott, Walter. Kennt ihr Unterhose mit Patch, der den Forz in Pfefferminzgeruch umwandelt? Das wäre bei mir nicht schlecht, ey. Nee, die brauchst du auch erst alle acht Wochen wieder wechseln. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Wo man dran riecht und sich denkt, ja, ja, frisch. Spätestens, wenn du dein gesprudeltes Arsch wachst. Damit kannst du gurgeln, damit. Nee, das Video war schon echt nice. Das haben wir schon wirklich gut gemacht, das stimmt, ich war richtig stolz auf uns. Wenn das jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Aber wir müssen halt einfach nur Durchhaltevermögen. Oh, guck mal. Dann wird das Global Aim wieder am Start sein. Das ist Global Aim. Komm, Brigitte, zeig noch deinen Zauberfall. Brigitte, ich glaube, dein Bein ist verdreht. Dann gehen wir zwei über Tür und drei halt über den normalen Weg, sah. Und dann rushen wir zusammen den Spot, okay? Ich gehe jetzt zur Tür, ich brauche noch einen, der mitkommt. Ich bin der hier vorne, der schießt. Leute, kommt mal zum Eingang. Ja, Leute, kommt mal durch Main durch lieber, anstatt euch im Popo zu poolen. Okay, ich bin on-spot durch. Okay, ich bin auch auf dem Spot. Bomben, kommst du? Bleibt einfach defensive. Oh, fuck, sie kommen. Pass auf, links, 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 links. Zwei Stück und rechts zwei Stück. Es sind noch drei gewesen? Es sind noch vier gewesen. Was? Leut. Bin ich der Erste, der einen Kill gemacht hat, oder was? Ich dachte, jeder von uns hätte mindestens schon drei Killed oder so. Ich auch, Alter. Ich war kurz vor Nuklear. Leute, macht euch da aber nix draus. Tot eins und tripple, passt schon. Der Spot ist einer, oh Gott, mit der M4. Was? Von hinten, von hinten, Leute, Babys. Wenn lebt der Ohrwurm. Wow, sorry. Hinter hinten. Scheiße. Ich stand hinter der Kiste und ich dachte, er ist Russian Kill, hätte ihn angeschossen. Also, unser Mate. Zeig mal, den Zauberwald. Ich zeige dir, meinen Zauberwald, folge mir. Nifred, komm hoch, komm. Ich überlege gerade, weil über Mitte kommt auch einer. Wow. Es ist einer auf dem Spot nicht recht, zum Himmelsjahr. Ah, ich bin down, verdammte Scheiße. War alleine da. Der kommt schon, der kommt schon, Baby. Äh, äh, äh. Der ist hinter dein Popoloch gewesen. Wo ist denn denn die Popoloch? Aber gute M8 ausgewickelt. Ja, scheiße. Von Pikachu. Das ist taktisches Austricksen. Taktisches Austricksen. Blitzattacke. Äh, Killer. Mach mal die Tür auf, dann guck ich bei Highway, ob da was ist mit Awe. Schön, schön. Äh, ne, ich sehe nichts mehr. Oben drauf, links. Nice. Was? 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 Da ist noch einer beim Auto. Guck mal Main, guck mal jemand Main. Blau oder äh. Schieß am besten die Tür oder so. Ja, ich, ich hätte mich jetzt hier hinter den Gabelstapler gestellt. Stellt euch so hin, dass ihr nicht von Main erschießbar seid, bitte. Oh mein Gott, die kommen da durch die Arme. Wo ist der? Main. Wir lassen einfach kommen. Unser Awe, äh blau, bleib hinten, bleib hinten. Verdammt. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl er nicht auf meinen Kopf geschossen hat, wie geht das? Okay. Spots frei, ich plante. Ich geh auf deinen Kopf, dann lass ich mich pushen. Okay. Dann kann ich besser blenden, wenn du da sitzt. Was? Wo hast du gedroppt? Home of Heaven irgendwo. Push your hands up in the air, I can see you, Axel here. Oh. Oh. Und dann ist der Johnny Caspar einfach gestorben. Ich geh da rein. Wow, 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 wow. Main, Main. Okay, ich hab die Awe, ich hab die Awe. Nice, nice, nice. Oh. Yay. Kinder, Kinder, das machst du so, weißt du so. Cool guy. Ich hab den Applauschen. Komm, Brigitte. Off the spot. Ich darf nicht so schreien, sonst kommt der Nachbar und klatscht mal wieder einfach. Main Johnny, bam. Brrrrrr. Nein. Schade, schade. Aber es war auch weniger, dass... Wie konnte der eine von... Ist er durch die Door gekommen oder was? You are so beautiful. To me. Ich, ich, ich flash den bei. Boah, Photoshop. Er ist aber nicht auf dem Spot, oder? Weil ich bin jetzt schon bei unserem Spawn. Ich hab die ganze Runde hinten gekampt. 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 Ich hab alles da. Ich hab alles da. Das werden sie nicht erwarten, dass wir schon wieder auf A gehen. Hey Leute, wo geht ihr hin? Das wird so ein Schweinerei-Meister sein da. Das wird so ein Schweinerei-Meister sein da. Alter, das ist doch ein Schweinerei-Meister. Warte mal. Du. Boah, Killer, da ist einer. Hinteste Mauer. Kein mehr. Hilfe. Oh, Leute, wend. Vorsicht, Bombe. Einer beim Zittichbomben. Mensch, hat nur noch 8 HP, Mann. Killer. Ich bin ein Rollstuhlfahrer, Mann. Scheiße, Mann. Oh, der Rollstuhlfahrer hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Haben wir zuteilig Publikum im Rollstuhlbereich? Alles klar. Einige, einige. Wir sind alle Rollstuhlfahrer in unseren Herzen. Nicht in den Beinen, ne? Da haben wir's drin noch. Aber nicht, dass wir jetzt einen kompletten Draw rausholen, Leute. Da hab ich eigentlich keine Lust drauf. Das muss schon irgendwie sein. Ich hab keine Lust, meinen sechsten Draw hintereinander zu holen, also. Genau, deswegen strengen wir uns jetzt an. Jeder steigt hier mal außer dem Rollstuhl raus, auch wenn's schwer scheint. Ja, da darf man bitte nicht sein. Run for us, run. John Casper, was ist passiert, ey? Möhrer, Alter, die schwitzen mich so voll, Alter. Ja, lass mal draufgehen, ich flash. Komm, drauf, 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 drauf. Beim Ding ist einer, oh mein Gott. Beim Gabelstapler. Fick die Kacke. Und Heaven ist auch noch einer. 2 gegen 2, plantet ganz schnell die Bombe. Ihr schafft das. Oh mein Gott, nice. Ach, fand ich jetzt nicht so geil. Ja, es war nicht so gut, aber es war schon echt fett. Richtig. Dass selbst der Casper beeindruckt. Die Metzger sind eine geile Alte, er schiebt sich die Salami in die Spalte. Genug gefickt, genug gewimmert, jetzt hab ich dir den Sack zertrümmert. Da sind, oh Vorsicht, wow, das sind die richtigen Perlen hier, die ausgepackt werden. Ich bin on spot. Ich hab die Bombe gar nicht dabei, scheiße, das ist echt blöd. Ich komm von hinten. Nice. Oh mein Gott. Komm, ich schieb dir mein Messer in dein Bubbelach. Oh oh. Ich bin gefluscht. Ich flasht. Ich flasht. Ich flasht, natürlich. Lasst mal on spot gehen, Leute. Ich hab richtig Bock auf die Spot zu gehen. Nice. Was ist der Zusammenhang zwischen einer Frau und einer Kreissäge? Wenn du abrutscht, ist der Finger im Arsch. Oh mein Gott. Junge. Wie, durch das Metall durchschießt, ist er behindert? Nee. Das ist kein Rollstuhlfahrer. Das muss doch. 3a, 2b. Für erste Runde. Leute, das ist A. Oh ja. It's A, bros. It's A. Leute, verschieb mal auf B, ist es A. Ja Baby, chill mal. Ich komm anal. Juni Kampfer ist tot, ey. Weißt du? Am so... Wir brauchen Hilfe auf... 3, 2, 1. Gehen wir hin, los. Die hocken ganz hinten. Er fickt mich. Ich hab ihm 75 gegeben, dem Schniedelwurst. Penis. Und dann hab ich wieder Hobo Liebe gemacht. Mitte. Mitte ist eine... Oh Gott, der ist mit durchgelaufen. Dieser fickerig. Mitte sind zwei Komopaparen. Gibt dir meinen Zauberwald an. Oh Gott, der ist bei K. Kasper. Oh Gott, der ist ein Schmuck, Alter. Mehr als meine Mama, Mann. Hahaha. Aber ich hab doch schon eine P90, die ist deutlich besser. Ich geh jetzt alleine auf B, Leute. Ich hab Angst. Ja, nee, ich komm. Ich komm mit Popo Liebe machen, warte. Sehr gut. Ich hab richtig Bock auf Popo Liebe. Oh, nice Nate. Äh, Killer, der ist hinter dir. Ich geh. Ich mach'n Tod. Oh mein Gott, die stehen bei der Mitte. Hahaha. Schön gemacht. Hab ich mit M4, wenn das nicht gegangen ist? Nee. Ich dachte, die sind jetzt 100 pro auf B und hab mich schon gefreut. Bei uns. Können ich gleich weiter. Du kommst genau von hinten. Oh, nice Killer. Yay. Wo ist der, wo ist der letzte? Der ist gerade Klapse, glaube ich. Er kommt, er kommt, er ist. Ey, du hättest ein Ace gemacht, ne? Ja, fast. Verdammt nochmal. Also wirklich. Mein Beileid, Moses. Dankeschön. Mami Eko. Eko, Eko, Eko. Geh ich auf den Weg? Darüber bommel ich. Der Rush ist zufällig. Hahaha. Ich komm' B hinten. Ich mach' ihn richtig hart. Die Popo Liebe. Heiß. Komm' wir down. Nein! Was spielst du denn, du Mensch? Was ist passiert, Johnny? Du hast mich doch geschubst, Mann. Johnny hat mich geschubst und ich hatte meinen Joghurt im Rucksack. Ich war schon längst tot. Wie soll ich mich denn geschubst? Hast du so viele Hallos durch dein Barbie-Spiel bekommen, oder was? Leute. Du hast mich im Real Life geschubst. Ich hab's genau gesehen. Ach so. Okay. Dann komm' ich bald zu dir und besuche dich und dann schubse ich dich. Das war so ein richtiger Pöter-Schubs. Mit dem Pöter. Ist das eigentlich Popo Liebe gratis, oder bezahlt man das extra? Es ist eher gratis. Ach so. Also schließt du mich mit dem Arsch zurück. Aber dann wird zusammengehen. Ey, ich schieße ihn genau in seine Glatze rein. Er stirbt nicht. Das sind aber auch echt schreckliche Glatzen. Die sind oftmals auch gehärtet, ne? Ja. Die Glatzen sind rutsig. Oh, fick die Kacke. Ah, nee. Du aimst nur hin, da kann meine Großmutter ja noch. Nein, der Großmutter ist doch. Deine Mutter. Ja, ach nee. Hahaha. Der Rushen ist halt ein harter Russe, ne? Mein Großmutter ist auch deutsch. Ja, ja. Nice. Die kommen B. Ey, der hat die Smoke. Kommt es da? Die alle B? Oh mein Gott, die ich sie gefickt hab, Juhu. Nein, oh Gott, mein Ace ist schon wieder verkackt. Ja, ich würde sagen... Schade. Ja, mach die Runde safe, mach die Runde safe. Um links in dem Abzug zaubert. Okay. Okay, pscht, pscht, pscht. What? Fick die Kacke, Leute. Wir dürfen nicht... Jetzt hat's mich gerissen. Das war doch vor allem voll die sichere Runde. Ich hab doch drei geklatscht, was habt ihr getrieben? Ja, also ich hab ein bisschen Abraum hergesucht. Machen wir Chors? Ja, ne? Ja, nice. Nice, Nate. Dankeschön, dankeschön. Der hat noch nicht geplantet, oder? Ah, jetzt. Unspot hockt einer. Einer von links. No life. Was? Ja, du Stimmung. Äh, drop mal hier ne Aave. Leg mal zusammen, droppt mal was. Ne, ne, komm lass eine ECO, man. Oh mein Gott, du hast echt die Aave gekauft. Scheiße. Ja, die Aave. Ja, die Aave. Ey, na, all right. Ey. Okay, warte. Boah. Ich defuse, beschütz mich. Ich defuse. Kommt wieder alle um mich rum rum gerannt. Sofort, sofort. Ey, ich... Wie oft soll ich noch deine hässliche Visage rasieren, man? Scheiße, man. Wir verkacken so eklig. Ich kauf mal ne Aave. Leute, ich kauf ne Aave. Ja, ja, wenn der Nachbar kommt, dann schlag ich ihn ins Gesicht. Und wenn er fragt, warum, weil ich zu laut bin. Fertig. Bitte. Mitte zwei, ne? Ich hab... ich hab einen HP nur noch. Nice. Boah, der ist direkt rechts. Der ist direkt rechts. Nice, Caspar. Letters main mit AWP. Ja. Leute, nicht sterben. Nein, Polava, Polava, Polava. Flawless. Polava. Nein, fuck man. 21 HP bei Ventroom. Mensch, du hässliche Stück Scheiße, Alter. Alter, der hat ne Negev gekauft. Scheiße, jetzt hab ich... egal. 25 HP da. Nein. Am Keller. Meiner Negev fick ich selber. Ja, mein Negev. Nein. Nein. Gott. Da fickt er mich noch weg, aber er ist auch nicht rausgekommen. Wäre fickerig. Direkt am Anfang. Du hast verloren. Nein. Benito gehörte dich scharpe.